Ich begrüße euch zur nächsten Trailer- oder Hauptfilm-Ankündigung am 19.01.2021. Ihr seht es da, allergische Reaktion. Kalifornien zieht 330.000 Corona-Impfdosen aus dem Verkehr. Lockdown-Verlängerung bis Ende Dezember 2021. Und natürlich noch ganz viel mehr zu sehen, zu schauen, zu hören im Hauptfilm auf VK, auf BitChute, die sich den Trailer bei Wake News TV aufrufen. Den entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile. Ab damit und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.